Ja, dies ist der Kommentar aus einem Leserforum zu einem ZDF-Beitrag. Den finde ich so lustig, den wollte ich Ihnen nicht enthalten. Wenn ihr wirklich etwas erleben möchtet, bereitet euch doch mal auf ein Abenteuer vor, wie ihr es euch niemals hättet vorstellen können. Gehen Sie illegal nach Pakistan, Afghanistan, Irak, Marokko oder die Türkei. Sorgen Sie sich nicht um Visa, internationale Gesetze, Immigrationsregeln oder ähnliche lächerliche Vorschriften. Und wenn Sie dort angekommen sind, fordern Sie umgehend von der lokalen Behörde eine kostenlose medizinische Versorgung für sich und Ihre ganze Familie. Bestehen Sie darauf, dass alle Mitarbeiter bei der Krankenkasse Deutsch sprechen und dass Sie die Kliniken Ihr Essen nur so vorbereiten, wie Sie es in Deutschland gewohnt sind. Bestehen Sie darauf, dass alle Formulare, Anfragen und Dokumente in Ihre Sprache übersetzt werden. Weisen Sie Kritik an Ihrem Verhalten empört zurück, indem Sie ausdrücklich betonen, das hat mit meiner Kultur und Religion zu tun, davon versteht Ihr nichts. Behalten Sie unbedingt Ihre ursprüngliche Identität. Hängen Sie eine Fahne von Ihrem westlichen Land ans Fenster. Am Auto geht es auch. Vergessen Sie das nicht. Sprechen Sie sowohl zu Hause als auch anderswo nur Deutsch und sorgen Sie dafür, dass auch Ihre Kinder sich ähnlich verhalten. Fordern Sie unbedingt, dass an Musikschulen westliche Kultur unterrichtet wird. Verlangen Sie sofort und bedingungslos einen Führerschein, eine Aufenthaltsgenehmigung und das, was Ihnen sonst noch einfallen könnte. Betrachten Sie den Besitz dieser Dokumente als eine Rechtfertigung Ihrer illegalen Präsenz in Pakistan, Afghanistan oder Irak oder sonst wo. Lassen Sie sich nicht diskriminieren. Bestehen Sie auf Ihr gutes Recht. Verlangen Sie Kindergeld. Fahren Sie ohne Autoversicherung. Die ist nur für die Einheimischen erforderlich. Organisieren Sie Protestzüge gegen Ihr Gastland und dessen Einwohner. Unterstützen Sie ausnahmslos Gewalt gegen Nicht-Weiße, Nicht-Christen und gegen die Regierung, die Sie ins Land gelassen hat. Verlangen Sie, dass Ihre Frau, auch wenn Sie sich inzwischen vier davon angeschafft haben, sich nicht vermummen muss, keine Burka zu tragen hat. Viel Glück wünschen wir Ihnen dabei. In Deutschland ist das alles möglich. Vielen Dank.